Lidl, Culinara, Hähnchen-Nuggets in drei verschiedenen Versionen und das in Vollkorn, Quinoa und Leinsamen. Sie wurden offiziell erst betitelt als die Vitalen-Nuggets, was ein bisschen makaber ist, denn am Ende ist es immer noch Fastfood. Aber ob diese Vollkorn, Quinoa und Leinsamen-Nuggets wirklich was können, wie die Zutaten ausschauen und natürlich wie es schmeckt, finden wir jetzt heraus. Willkommen bei der Food Show. Ja, im Forsch, man hat das gesehen. Wir testen heute gesunde Chicken Nuggets. So könnte man es ungefähr sagen, denn sie haben jetzt eine Vollkorn-Panade, eine Quinoa-Panade und eine Leinsamen-Panade. Ja, die Panade ist ja das, was die Produkte meistens zu richtig Junkfood macht, denn das pure Hähnchen selbst ist ja an sich gut. Und unpaniertes Hähnchen ist immer ganz great, natürlich Gewürz, alles legitim, solange da jetzt keine deftige Soße zu esst, Mayo, Ketchup, Barbecue oder Sonstiges oder halt ordentlich Panade dran knallt. Lidl präsentiert mit seinen Culinara oder Culiné, Culinéa, ich habe schon wieder falsch ausgesprochen, sicher, ne, scheißegal, mit seinen Hähnchen-Nuggets, euch hier einen etwas gesünderen Genuss. Ja, die waren nämlich erst, als ich es gelesen hatte, unter dem Namen Vital irgendwie drin, wie Vital, Vitale Nuggets, also irgendwie als positiv zu verkaufen. Es ist schwierig, das Thema. Ja, an sich bekommt ihr hier einfach nur eine neue Panade mit klassischen Chicken Nuggets und das in drei Varianten. Was kostet eine Packung mit 500 Gramm jeweils? 3,79 Euro. Gab es jetzt am 8.01.2024 eine Aktion bei Lidl mit dieser Handballgeschichte, weil ja gerade Handball startet. Und ja, sie sollen euch halt euren beliebten Chicken Nugget-Geschmack mit etwas Mehrwert bieten. So könnte man es sagen, glaube ich. Es ist aber für mich so ein bisschen so ein Zwiespalt. Es ist immer noch ein Fastfood-Produkt, es ist Panade und die Panade knallt euch die Kalorien rein. Egal, ob da jetzt Vollkorn oder Sonstiges dabei ist. Und die Gefahr ist natürlich, wenn du das da dran machst, dass der Geschmack so dermaßen scheiße läuft oder fehl läuft, weil die Panade einen gewissen Geschmack einverbringt, dass es halt nicht mehr so schmeckt wie ein Chicken Nugget, sondern wie etwas komplett anderes. Und ob man das dann als Fastfood in dem Sinne sieht oder ob man das dann so snacken möchte, weiß ich nicht. Ich finde es auch extrem günstig, muss ich sagen. Also für ein halbes Kilo Hähnchenfleisch mit Panade für 3,99 Euro. Und es ist so, das muss schon eher, also ja, ich weiß, Geld, heutzutage alles schwierig, nicht jeder hat das Einkommen und Co. Aber es ist ein lebendes Tier und es ist ein 500 Gramm, das ist ein halbes Kilo. Also ich hätte es jetzt eher so die 4,99 Richtung gesehen, also wenn die Qualität des Hähnchen auch stimmt. Aber das ist, glaube ich, nicht mal angegeben, welche Haltungsform es ist. Da es ja wieder ein Komplettprodukt ist, genau, weil es ein Komplettprodukt ist, also weil es hergestellt wurde und verändert wurde, musst du nicht angeben, was das für eine Haltungsstufe ist. Hier wird es Haltungsstufe 1 sein, das wird die schlimmste Qualität, das wird die Massenzucht sein, die hier hinter steckt, ganz einfach. Aber wir gucken mal drauf, wir gucken mal auf Vollkorn, was bekommt ihr denn? Ich finde den ersten Satz auch ganz schön, der vorne direkt drauf steht. Hähnchenfleisch hat Zeugnis aus dem Hähnchenbrustfilet geschnitten, flüssig gewürzt, paniert, anfrittiert, gegart, tiefgefroren zum nochmaligen Braten oder Backen. Das ist so ein langer Satz, da hast du meistens schon gar keinen Bock mehr. Also an sich darfst du das gar nicht lesen. Aber naja, steht auch nochmal oben drauf, wenn ihr jetzt die Zutaten der Nährwerte lest. Ihr habt, bekommt hier 69% Hähnchenbrustfilet, würde ich aber versprochen, mit einer 23% Panade aus Vollkorn, Weizenmehl, Trinkwasser, modifizierte Stärke, Leinsaat, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Buchweizen, Quinoa, Hirse, Blumen, Blaumohn, Samen, pflanzliche Öle, Raps, Speisesalze, Extrose, Hefe, Trinkwasser, Speisesalze, Glucose, Sirup, Pfefferextrakt und schwarzer Pfeffer. Ja, den Glucosesirup hätten wir jetzt nicht gebraucht, der Rest klingt im ersten Moment gar nicht so negativ. So wie ich es vielleicht jetzt am Anfang angefangen habe. 216 Kalorien und 15 Gramm Eiweiß ist natürlich klar, es ist sehr, sehr viel Hähnchen drin, aber wir haben auch 1 Gramm Zucker auf das Produkt. Wie gesagt, es hätte es glaube ich nicht gebraucht. Schauen wir doch mal schnell auf die Leinsamen-Variante. Die Leinsamen-Variante hat, wo ist es? Da. Ein Hähnchen-Nagel mit Leinsamen, Hähnchenbrust erzeugen, das ist gleicher Text, mit 1,96% ist genau ähnlich. Nur die Panade wird anders sein. Und die ist mit Hirse, Leinsamen, Schwarzkümmel und das war es dann auch schon. Ja, sonst relativ ähnlich. Kalorien werden dann auch ähnlich sein. Ein bisschen mehr Zucker, 222 Kalorien und 14,1 Gramm Eiweiß. Und dann schauen wir doch mal auf die Quinoa-Variante. Quinoa ist mit Hähnchenbrustfilet und einer Panade aus Weizenmüll, wurde wie sie der Stärke gepufften Quinoa und Rohrzucker. Ja, hat die kürzeste Zutatenliste dadurch. Und 201 Kalorien, 1 Gramm Zucker und 14,9 Gramm Eiweiß. Das sind sie. Und die soll ich jetzt im Backofen machen, steht da drauf. Ich werde sie aber in eine Heißhoffritöse machen. Also Backofen steht drauf oder in der Pfanne. Ich mache sie aber immer gerne in der Heißhoffritöse und das bei 180 Grad. Ja, für 21 bis 24 Minuten. Alter, wie lange soll sich den Scheiß denn zubereiten? Warum dauert denn das so lange? In der Pfanne auch fast 20 Minuten. Boah, naja. Für euch vergehen jetzt nur ein paar Sekunden. Und hier sind sie jetzt, alle drei aus der Heißhoffritöse. Für euch, wie gesagt, nur ein paar Sekunden. Ich stand jetzt hier wirklich lange. Wir haben, ich habe vor kurz vor halb zwei angefangen. Jetzt haben wir zehn vor zwei. So viel Zeit vergeht. Ja, das sind sie also frisch zubereitet. Ihr seht also hier nochmal diese ganze Körnermischung. Ist alles ein bisschen dunkler jetzt noch mehr geworden. Röstaromen dran. Ja, das ist also Vollkorn. Wir machen die auch gleich alle nochmal auf. Hier haben wir jetzt Leihensamen. Das ist dann nochmal, ja, auch leicht angeknuspert. Die schwarzen Punkte hatten wir ja schon. Das sind ja die Leihensamen. Und hier haben wir dann Quinoa. Nehmen wir mal den, wo diese Quinoa-Puffs halt drauf sind. Die vielleicht jetzt nochmal ein bisschen aufgegangen sind. Ich weiß es nicht. Mal schauen, ob man die gleich schmeckt. Schauen wir mal von innen. Ich hoffe, die sind nicht zu heiß noch. Weil ich habe sie wirklich gerade frisch rausgeholt. Aus dem Backofen, aus der Heißhoffritöse. Aber das müsste funktionieren. Ja, ihr seht ja noch. Also es ist wirklich hinter dem Fleisch, was ja eingesetzt ist, nicht irgendwie zerkleinert und neu geformt. Es ist wirklich also geschnitten und dann gewürzt worden. Das ist ja meist schon mal ein bisschen schöner bei solchen Nuggets. Gucken wir uns das bei Leihensamen auch nochmal an. Weil wir hatten ja schon die verrücktesten Erlebnisse bei Lidl, muss man ja sagen. Also hier ist es genauso, wenn der Fokus sie jetzt nehmen würde. Aber irgendwie will er sie gerade nicht. Naja, ihr seht es auf jeden Fall. Und schauen wir uns das bei Puffreis, äh Puffreis. Es sieht halt aus wie Puffreis. Hui, heiß, 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 heiß. Aber auch hier ist es wirklich aus dem Filet und nicht zusammengehäckselt und wieder paniert. So, jetzt ist der Fokus besser. Ja, das sind sie. Jetzt machen wir das Wichtigste. Wir probieren sie. Und ich bin gespannt, ob es schmeckt. Und auf ins Probieren. Ich bin gespannt. Also sie sehen nicht schlecht aus. Aber was frittiert ist, ist immer geiler gefühlt, muss man ja sagen. Am Ende muss es natürlich der Geschmack über sein. Und ich hoffe jetzt, dass die Panaden auch wenigstens ein bisschen Eigengeschmack haben. Weil sonst wäre es natürlich sehr, sehr schade. Barney läuft natürlich auch hier schon wieder um mich herum. Er zeigt auch schon an. Also er wird schon so gezeigt. Oh, hier, das da, das möchte ich. Jetzt geht er nach hinten in die Ecke. Naja, schauen wir mal, ob es geschmacklich was kann. Wir probieren erstmal die Vollkorn-Variante. Wie gesagt, das ist die, wo die Panade, wenn, am interessantesten ist. Hähnchen hat auch einen Eigengeruch. Panade riecht fast nach nichts. Also es ist sehr, sehr viel Flüssigwürze drin, die das Hähnchen sehr, sehr saftig machen und zart machen. Aber es verliert mir irgendwie ein bisschen die Faserigkeit. Also diese Fasern gehen so ein bisschen unter. Die sind ja da, das haben wir ja gesehen. Also es ist jetzt nicht so irgendwie zusammengefügt. Obwohl man das sicher auch so hinkriegen würde. Oder? Oder? Aber da ja kein Bindungsmittel drin ist, oder keine Methylzellose und Co. Kann man hier auf der sicheren Seite sein. Ja, kann man machen. Hat einen leichten Vollkorn-Charakter. Du schmeckst aber nicht viel davon. Also ob da jetzt Sonnenblumenkernen und was da alles dabei ist. Und so intensiv ist. Also Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Buchweizen, Quinoa, Hirse, Blaumonsamen. Also das schmeckst du nicht wirklich. Du schmeckst, ja, es ist eine andere Panade. Das schmeckt man ganz leicht. Also es hat nicht diesen typischen Panadengeschmack. Das finde ich erfrischend nicht schlecht. Ich bin ja wie gesagt kein riesen Vollkorn-Fan. Selbst bei Brot und so. Also ich war noch niemals mein Ding. Hier kannst du es entspannt machen. Es hat einen leicht anderen Geschmack. Hähnchen, super zart, aber extrem flüssig gewürzt. Nicht so ein extrem Hähnchen-Eigengeschmack. Das finde ich ein bisschen schade dran. Aber vom reinen Geschmacklichen keine schlechten Nuggets. Kann man auf jeden Fall machen. Mal was anderes insgesamt von der ganzen Geschichte drumherum. Ich würde Ihnen sagen, nur vom Geschmacklichen. Vier von fünf. Aber aufgrund Herkunft von Fleisch und so. Da würde ich mir wirklich mehr wünschen in Zukunft. Gerade weil Nidl ja so sagt, ich bin Vorreiter und ich möchte so viel neu machen. Sag doch einfach, was das für ein Fleisch ist. Wo kommt es her? Schreib es doch drauf. Auch wenn man es gesetzlich nicht muss. Aber mach doch den Schritt und geht da mal drüber hinweg. Und sagt, hey, wir machen das jetzt einfach. Und nicht, bis es irgendwann mal Pflicht ist. Also, das würde ich mir noch wünschen. Sonst würde ich sagen, rein von dem Grundprodukt her. Ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Wegen dieser ganzen Sachen. Aber rein geschmacklich kann man eine vier von fünf geben. Und auch von den Inhaltsstoffen und so. Das geht klar. Wie gesagt, nur das mit dem Fleisch. Das ärgert mich halt. Also ich würde mir da einfach was anderes wünschen. Dass es mehr um den Hähnchen-Geschmack geht. Nicht immer dieses extrem Flüssigwürze, Flüssigwürze, Flüssigwürze. Damit kriegst du alles zart. Also, naja. Probieren wir jetzt mal Leinsamen. Also die mit den schwarzen Punkten drin. Also wo man fast Sesam was sagen könnte sogar. Das riecht eigentlich noch nix. Ja doch. Man hat so einen leichten Geruch. Das könnte aber auch Quinoa sein. Weil hier ist ja auch Quinoa drauf. Mal kurz an der Quinoa-Version riechen. Nee. Das muss irgendwas anderes sein. Hat einen ganz leichten, herzhaft, leicht süßlichen Geruch. Man riecht aber nichts vom Hähnchen. Kommt aber ordentlich durch, der Leinsamen-Geschmack. Hähnchen natürlich das gleiche wie gerade. Aber man muss sagen, der Leinsamen-Geschmack ist super. Also wirklich ein richtig schöner... Ja, Leinsamen. Das ist so leicht angehaucht, so leicht vom Verständnis könnte man sagen, wenn man das nicht kennt. So ein bisschen wie Sesam. Nur ein bisschen herzhafter. Kräftiger. Nussiger. Weil Sesam selber ist ja relativ entspannt. Aber Leinsamen geht so ein bisschen in die Richtung von Sesam. Was man so vom Burger-Band und so kennt. Aber halt herzhaft, nussiger, kräftiger. Passt, finde ich, sehr, sehr gut dazu. Hat einen sehr, sehr guten, besonderen Geschmack dadurch. Hängt ja den gleichen Spaß wie gerade. Ich finde es, glaube ich, sogar ein bisschen besser als Vollkorn, weil es noch intensiver wird. Ich will es nicht zu hoch bewerten. Das ist für mich einfach nur das Problem. Ich finde es besser als die Vollkorn-Version. Aber wie gesagt, für Industrie-Chicken-Nagels, was man da alles so kaufen kann, schmecken sie gut. Da ich den einen aber gerade schon eine 4 gegeben habe, muss ich sie höher bewerten. Ich würde sie aber nicht so hoch ansetzen normalerweise. Also wie gesagt, das ist mit Vorsicht zu genießen. Aber den würde ich eine 4,5 dadurch geben. Rein vom Geschmacklichen. Wie gesagt, Hähnchenfleisch-Situation bleibt stehen. Da müsste man das alles negativer sehen und niedriger sehen. Aber rein vom Geschmacklichen ist es gut. Es könnte mehr nach Hähnchen schmecken. Aber ich habe, wie gesagt, mit der 4 habe ich mich da ein bisschen behaspelt. Ich hätte die vielleicht dann eher auf eine 3 setzen müssen, eine 3,5, damit ich denen jetzt eine 4 geben kann. Da oben sind wir jetzt einer 4,5. Wie gesagt, aber keine Bestwertung. Also rein nur auf diese Nuggets bezogen. Probieren wir jetzt mal Quinoa. Das hatte ich gerade schon mal gerochen. Die riechen wirklich nach gar nichts. Also die haben wirklich nur so einen leichten Pananengeruch. Aber... Das schmeckt gar nichts. Nur salzig. Also Panate schmeckt da nichts. Knuspert. Und du schmeckst an sich nur Flüssigwürze. Aber das haben die anderen beiden jetzt schon gerade viel, viel besser gemacht. Aber hier kannst du auch jeden x-bediebigen Nugget essen. Also außer, dass es ein bisschen mehr knuspert. Aber es geht auch mit Cornflakes, Panate und Co. Aber... Oder Panko-Panate könnte man auch machen. Aber das ist enttäuschend. Das ist langweilig. Das ist so schön, nice to have. Das Quinoa ist hier ein Gimmick. Hat aber keinen geschmacklichen Einfluss und nichts. Das kriegt punktemäßig nur 2 von 5. Also wenn wir das so ein bisschen runterstufen. Also wie gesagt, Vollkorn und Leinsamen sind überraschenderweise lecker. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe es wirklich schlechter erwartet. Weil ich hatte meine bösen Überraschungen mit den Nidl Nuggets. Das sind mal wirklich welche, wo ich sagen würde, rein geschmacklich gesehen, wirklich gut. Panaden schmecken. Nur wie gesagt, Fleisch. Das schmeckt nicht wirklich großartig nach Hähnchen. Das ist minimal. Das ist der einzige Haken. Wie gesagt, wir müssten es punktemäßig an sich ein bisschen weniger stufen. Also nicht eigentlich so um die 3. Dann könnten die so knapp eine 4 kriegen. Aber ich finde den Geschmack interessant. Ich würde mir wünschen, dass da vielleicht mehr gemacht wird. Gerade Leinsamen hätte ich nicht gedacht. Dass Leinsamenpanade in der Panade so einen guten Geschmack macht. Es hat einfach ein richtig schönes Feeding auf der Zunge. Nicht umami-mäßig, aber du regst halt mehrere Rezeptoren auf der Zunge an. Und es macht wirklich Spaß, sie zu essen. Auch ohne Dip. Und bei Vollkorn war es halt ein bisschen anders. Bei Vollkorn war es halt so ein bisschen herzhafter. Also Vollkorn ist einfach so ein bisschen herzhaftere, kräftigere Panade. Aber Leinsamen ist echt gut gelungen. Muss man einfach sagen. Besseres Hähnchenfleisch und ich wäre zufrieden. Von mir aus ruhig auch für 4,99. Also gerne für 4,99. Wie gesagt, ich finde es halt zu billig. Also, wie gesagt, danke fürs Futschauen. Wir haben jetzt einiges durchgetestet. Ich bin gespannt, ob die was für euch sind. Vielleicht kommen sie irgendwann nochmal wieder. Wie gesagt, Leinsamen und Vollkorn würde ich mir wünschen, dass sie das vielleicht irgendwie in Sortiment drin lassen. Aber Quinoa kannst du vergessen. Also, danke fürs Futschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob.